herzlichen willkommen zu der dritten folge creepy kraft warum jetzt direkt am anfang an black screen kommt es ganz einfach und zwar hat er hat das video also das programm nicht aufgenommen deswegen ist jetzt es ist mittendrin quasi angefangen also ist nun das zurückfliegen ausgeschnitten worden also nur jetzt noch mal zu info ist es ein bisschen das fehlt ein bisschen was von der folge aber das ist jetzt nicht so schlimm ich habe jetzt schon ein paar sachen gebaut und werde damit jetzt etwas für sich anfangen was vielleicht nicht unbedingt was was denn du vor jetzt mich jetzt schon träumen wo ich noch gar nichts habe ich mache doch noch gar es geht nichts gegen dich kann ich jetzt schon mal sagen es geht nichts gegen dich wie schon gesagt in den ersten zwei folgen das ist jetzt noch oh das ist schon die dritte folge aber ich werde dich jetzt gerade noch nicht toll du hast du nix und dann kann man nicht so jetzt habe ich auch kurz mein inventar ist voll sag und sag und sag und sag und sag und sag ja super ich muss jetzt mal ganz kurz trafen und so passt dann äh ja erst dass jetzt ist das ist das das ist das ist das das ja Ja, so. Ja, hier kann man helfen. Das, 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 das. Dann, wie kann man... Ich nehme mal alle Klaassen, nichts bleiben. Hier sind Chainsachen, hier sind die Klaaschen, hier sind die Klaaschen. Hier sind die Klaaschen, hier sind die Klaaschen, hier sind die Klaaschen, hier sind die Klaaschen. Da halte ich auch mal zack 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 zack... Warum packe ich da das Zeug rein? Da kann ich gar nichts dazu suchen. Ja, die kann ich auch noch ein paar packen eigentlich. So, mh... Das kann dann raus, woanders, ne. Okay. Jetzt hab ich... Okay. Übrigens, ich baue mir jetzt hier quasi so ein provisorisch... so ein provisorisches Haus. Also, was heißt Haus? Ich baue mir einen Keller. Hm? Habe ich auch drauf gemacht. Bist du bei dir? Hm? Bist du bei dir? Mhm. Ab deiner Seite? Mhm. Glaube. Hä? Bist du denn da bitte? Bist du hier in der Höhle? Warst du in der Höhle? Oh Gott. Ja. Hallo. Warte mal. Grüße. Warte mal. Verleig dich an. Hör auf. Machen wir einmal so, warte mal bitte. Hier. Schrift. Machen wir bitte so Schrift. Warte mal. So, warte. So. Zack. Verschwingt. Nein. Da ist die Tür. Hör auf. Da hinten ist die Tür. Ich will zumachen. Geh weg. Ah. Da ist die Tür. Out. Da hinten ist ne Tür. Ja. Ich weiß es. Ich muss was zu braten. Hast du irgendwie Kohle für mich? Ich weiß. Bis später. Bis später. Warte mal kurz. Hier jetzt nicht nur essen. Jetzt hier nochmal was machen. Ich muss jetzt was essen. Dann muss ich stärken Leute. Mhm. Sooo. Ich hab's GOAL. Da ist schon wieder ein Zombie. Das kann. Warum. Nieso baue ich überhaupt meine Sachen außen wenn ich unten mir ne Keller graub baue? Wieso baue ich überhaupt meine Sachen außen wenn ich unten mir ne Keller graub baue? Pfff. Och, nöööööö. Boah, eine Truhe. Ja, sehr gut! Wofür habe ich eigentlich das Haus gebaut, wenn ich da keine Truhe reinmache? Clever! Nein! Das gibt's nicht. Danke. Ich brauche mehr Truhen. Ich habe kein Holz mehr. Dieses Projekt ist jetzt schon stressig gerade. Weil ich gerade komplett am weg bin. Ich krieg gar nichts auf die Reihe. Und kein Kommentar bitte dazu. Was heißt denn gerade? Genau das wollte ich vermeiden. Ich brauche Kisten. Ich brauche super viele Kisten. Weil ich habe das Holz liegen, das man in der Tat verlust. Das wird okay. Mann! Ey, das ist nicht wahr. Jetzt habe ich mir nur eine Kiste geoffen. Ja, super. Überleg ich erstmal, weil ich meine Retta abknoten bin. What the fuck was war das? Ich habe nicht mal... Das fällt mir auch auf, das ist ein Blitz. Ich habe nicht mal einen Universal Blockremover. Oh, toll. So. Nein. Das war natürlich jetzt super klug. Wieso ist hier nur einer? Nein, du wirst. Da. Nix. Außer Protektion Chest. Ich habe nichts mehr zu essen. Na, super. Danke, ne? Ne, was ich eigentlich wissen will, hier mit diesem Nether Rack, ne? Ja. Kann man da auch was drauf wachsen lassen? Nein. Wie war das mit Nether Warzen? Hm? Mit Nether Warzen, da brauchst du das Holzand. Ah. Seelenwand. Also auf dem Nether Rack kann man nichts wachsen lassen. Nein. Schon wieder so ein Idiot, ey. Was wollt ihr denn alle von mir? Zwei Stück sogar. Zwei Idioten. Alter, was macht ihr hier? Ihr Spinnkorn. So. Kollegen, legt euch nicht mit mir an. Ich bin der Killer gleich. So. Hm. Irgendwie ist das nicht so das, was ich jetzt will. Okay, wenn wir das brauchen. So. Mache ich eigentlich hier gerade alles? Keine Ahnung. So. Wenn wir das gebraucht haben, zum Beispiel bei diesem Slips auch gar nicht. Hm. So. Danke dafür. Oh! Was ist jetzt schon wieder? Ein Creeper bei mir. Ich muss ein Flashback craften. Bei mir auch einer, glaube ich. Ich hasse Creeper. Beziehungsweise ist es, glaube ich, kein Creeper, sondern das ist bei mir... Ist das ein Enderman? Vom Geräusch da könnte es ein Enderman sein. Ich hoffe jetzt ein paar Fackeln. Ich check mal alles mit F7, wo alles Mobs spawnen kann. Und da und da. Das ist bei mir keine Mobswelle. Das ist jetzt. So. Hm. Ja. Oh. Wieso habe ich das noch dabei? Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Was ist jetzt schon wieder? baust du dein haus weiter es regnet ein bisschen nein ich baue ein bisschen an meinem haus weil der alter du kack arschloch skelett noch eins los wieso bist du jetzt überhaupt bei mir hier rein warum bist du jetzt hier doch du bist da rein während dem dieses kack skelett hier rum ist bist du doch bei mir hier rein doch bist du bist du jetzt hier nur verschwind aus meiner aus meiner hütte du wo hast du dich versteckt da bist du irgendwie invisible ey du bist du invisible nein bin ich nicht ich schwöre dir ich bin nicht invisible nein was ist das für eine scheiße eine alarmanlage ist verarschen boah alter ey das ist was ist das geht's noch leute ich muss sorry ich muss mir ganz kurz ein uni versuch block remover cheaten weil ich komme ich habe mich kaputt gebaut ich könnte mich aus dem projekt jetzt eigentlich ausschließen ohne cheaten komme ich hier nicht mehr raus leider ich kann ihn auch gleich wieder wegwerfen ich wünsche angenehme träume cheater loser und lämer alter übrigens haben wir gleich also warst du doch da drin natürlich haben wir jetzt ja tschüss was ist das da ist immer noch die scheiße was ist das für eine kacke ich muss mal suchen ich muss mal suchen ich muss auch hier sein ein一下 bekam holz ich hab den gl plugging dann habe ich festgegangen was ist geil hat dass spas wo ist die scheiße hab ich nicht irgendwo noch einsen Wo ist mein Eisen denn? Was ist das für eine Kacke? Warte mal, ich hab mein Eisen Tidon ist hier drüben Ey, mach die Scheiße aus! Ich dreh durch! Ich komm, man geht immer zum Such, oder? Alter, komm ey, das ist schrecklich, was ist das für eine Kacke? Du wüsstest, was ich gemacht hab Ist das gut, der gleich? Suchst du immer noch nach dem Alarm? Ich hör das Piss hier her Leute, die sind hier direkt immer gleich Ich hör das Piss hier her Wenn du es gefunden hast Da unten Oh, da unten, ja schön Ja schön Das wird jetzt verarschen Was? Kann ich die Scheiße nicht mal wegmachen, oder was? Ey, was ist das für eine Kacke? Ey, was ist das für eine Kacke? Cool I'm sorry, but you can't remove this block This block is all buyer support YouTube Beste Troll ever Beste Troll ever Beste Troll ever Scheiße, ist der Trollhut Beste Troll ever Scheiße, ist der Trollhut Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Mikrofon So lange an meinen Drecks Kopfhörer Bis du die Scheiße wegmachst Ich werde diesen Kopfhörer nicht mehr von mir wegnehmen Bis dieser Scheiß aus meiner Hütte raus ist Meinetwegen Und auch wieder Hier Es ist abgebrochen Leute Ich glaub Ich weiß Also ich weiß wirklich nicht warum Es abbricht Aber es ist mal wieder abgebrochen Und ich bin grad Mega genervt Ich sitz grad am Schnitt Und ich seh Ja, schön Es ist mal wieder abgebrochen Und ich verstehe nicht warum Und ich hab keine Ahnung Was Das ganze mit sich auf sich hat Aber Auf jeden Fall Leute Wenn es sich gefallen hat Dann lasst einen Daumen nach oben Oder schreibt was in die Kommentare Aber den Kanal Dann teilt das nächste Mal wieder Wenn es wieder ist CreepyCraft mit uns beiden Bis daran und tschüss